So, auf dem Fuße des Neckarsteigs, hier schon eine Ebene, die Emily, das erste Mal dabei. Schöne Aussicht ist rechts, ne? Trosten, lass mich mal kurz vorbei, bitte. Dankeschön. Und steil geht's, Berge. Dankeschön. Das war doch schon mal ein Déjà-vu, der Mike direkt vor mir bei der Videoaufnahme. Vielen Dank. Vielen Dank. Uli, lässt du mich auch gerade noch mal durch, bitte. Danke. Danke. Fahr ruhig, Jürgen. Danke. 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 Mal, da könntest du mich jetzt durchlassen. Komm Armin, auf zwei Rädern. Fürs Video bitte älteste Kapelle im Neckartal aus dem 13. Jahrhundert.